Na ihr Kleinerffen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Quick Survival Games. Und wir spielen heute auf dem GOMMAHD Server wie eigentlich bislang jede Quick Survival Games Runde und zwar die Map Firefly. Eine der Lieblingsmaps von Robert, weil sie bei ihm so schön lagfrei läuft. Robert, ich sehe dich. Oh, da läuft ja eine. Guck mal die hier. Oh, hier habe ich mir geklaut. Ne Hose. Achso, da kommt jemand hinterher. Hallo. Hey, jetzt konnte nicht mal ich mit den jetzt klauen. Ich wollte die da nicht klauen, aber... So, können wir uns gegenseitig noch aufpimpen? Ich habe noch Schuhe für den Flash, auch wenn der gelbe Schuhe... Da drüben. Guck mal. Der da. Oh, der hat schon Schuss abbekommen. Ja, danke. Spei dein daheher. Guck mal, der andere läuft weg. Was macht der? Oh, Vorsicht. Nice. Du hast noch ein besseres Schwert? Ne, ne? Doch, ich habe noch einen Scheißer. Danke. Okay. Ich habe 15 Feine, das ist gut. Ich habe noch einen. Bei mir blinkt es gerade im Tisch, aber... Juck plötzlich, gucke ich jetzt nicht nach. Na. Da unten, da unten ist einer. Hier. Ja, komm hinter dir. Da bin ich hinter. Oh, oh, oh. Was? Hast du den jetzt schon weg? Ne, da ist noch ein zweiter gewesen. Ach, da hinten in der Ecke. Immer schön abwechselnd. Oha. Oh. Oh. Der hat für mich geht's. Oh, fuck. Alter. Hat ja keiner gesagt, dass du noch mal in das TNT reinlaufen solltest. Ja, ich habe nicht mal gesehen, da ist da was bezündet worden. Oh, da oben ist noch einer, da oben ist noch einer. Vielleicht pass auf. Ich würde Bill gerade nicht kämpfen eigentlich. Bei ihr. Ja, komm hierher. Schnell, verstecken. Haha. Ja, dieses blöde Glas hier bringt mich manchmal zum Leggen. Das finde ich nicht. Ja, komm. Ah, der ist schon da. Ah, es sind zwei. Ja. Dritter, Robert. Ja. Einer noch. Nice. Noch zwei Leute. Hier, Hanisch. Ich schmeiß mal hier noch ein bisschen geiler Zeugel. Ich habe eigentlich alles soweit. Aber das ist... Na, Eisenschwert wird keiner übrig haben. Nee, tut mir leid. Ich glaube, ich habe 100. Bist du? Bist du hochgegangen? Ich habe mich bloß hier oben kurz hingestellt, um alles wegzuschmeißen, weil sonst schmeißen wir uns das immer gegenseitig an den Kopf. Ja. Hatte wir noch Pfeile vielleicht? Äh, ja, ich habe 34 Pfeile. Danke. Habe ich gar nicht drauf geachtet, sonst hätte ich es das schon gegeben. Naja. Äh, wir sind übrigens in Teams erlaubt, das bedeutet, wir dürfen Team sogar im Deadmatch. Glaub ich? Außer es steht was anderes jetzt da. Ich glaube schon. Wie gesagt, wir haben eine Weile nicht mehr gespielt und jetzt, äh, jetzt muss es eigentlich, jetzt muss es eigentlich mal wieder losgehen, richtig, weil sonst startet man... Oh, gut, noch eins wieder. Ja. Sind wir? Da bist du Flash? Ich habe beide auch gerade verloren. Habe ich eigentlich die Runde, habe ich die Runde eigentlich schon erzählt, dass PC kaputt war und sowas. Nein, deswegen hatten wir eine Pause und so weiter. Ja, ganz klar. Ja. Spiele sind meine... Deswegen kamen wir eigentlich nichts. Erstmal auch alte Aufnahmen von Mad Max, die ich noch hochgeladen hatte. Was ich übrigens heute auch durchgespielt habe. Juhu! Juhu! Der hat geschrieben, ob wir fair machen. Ich möchte erstmal gucken, wie er gerüstet ist und dann entscheide ich, ob ich fair mache. Sonst sage ich, ja, ja, fair. Ganz klar. Nö. Mein Walzen. So. Der Deadmatch beginnt. Oben, äh, rechts steht noch Teams erlaubt, steht noch nichts anders. Von daher. Oh, den, den mache ich fair alleine. Oh, ich habe Flash angeschossen. Nice. Oh, hinten. Mann, Spyder ist das. Ui! Muss mich jetzt erstmal... So, machen wir fair. Wir machen jetzt Battle of the Year oder was? Battle of the Year oder was? Battle of the Year, Robert. Battle des Jahres. Die Battler des Jahres. Was machst du? Liest du einfach Schilder? Nö, ich habe gerade kurz im TS geschrieben. Ich habe geguckt, wer mich angeschrieben möchte die ganze Zeit. Äh, okay. Ich werde mal freuen. Okay, alle gegen alle. Einigermaßen so fair, wie es halt geht. Das ist meine Lebenszeit. Wie viel hast du denn? Ähm, mir fehlen jetzt nur noch drei. Hallo. Was sollst du in dir jetzt, du Schlinge? Ich bin jetzt gleich noch... Der hat Hex an! Der wackelt mit dem Kopf! Warte, ich bin gleich drauf. Vögel. Ey, dahinter. Siehst du das? Muster einer Luft. Muster einer Luft, ach wie schön. Alter, er schreibt sorry, aber... Okay. Hä? Mann. Nerv. Nicht. Los, oder was? Warte, warte, warte. So, jetzt bin ich auf. Ja! Okay, los. Ah! Ach so, wie viel ist das denn? Ach, Robert, schau. Nein! Oh! Nein! Maybe that's dead, Nerf. Nerf? Hä? Ah! Da ist er doch! Hä? Bei mir wurde der Fall grad nicht abgeschlossen. Ich hab ihn losgelassen. Nein! Lashy versteckt sich. Ich wollt grad fragen, wo ist denn der? Nein! Das war nicht der Dörferung. Wie? Wieso hab ich lag? Du weißt schon, dass wir die mal als erstes eingreifen, die sich verstecken. Ich verstecke mich nicht, ich stehe ganz oben auf dem Baum. Boah! Okay, nein. Hä, wieso lag das gerade? Jetzt hab ich wirklich nach oben geguckt, ob ich da... Da komm ich gar nicht hoch, glaub ich. Äl, 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 äl! Boah! Eins! Oh! Hätt ich das sagen sollen? Aua! Wie nix? Binde deinen Meister! Binde deinen Meister! Hast du ihn schon gefunden? Binde deinen Meister! Vielleicht warum nicht? Ich hatte doch... Wird's wahrscheinlich fair sein. BROULER! Ganz fair. Was? BROULER! 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 Der hatte doch ein Herz! BROULER! Ja, du wreckst doch dann erstmal. Dann hatte ich direkt schon 3, als du 1 gesagt hast. Also das war ja... Das ist ja QUICK SG! Du hast ja hier so einen kurzen Heilungseffekt. Ja, das war QUICK SG! Wir haben's endlich geschafft! Was heißt endlich? So lange haben wir gar nicht gebraucht, aber... Wir haben's geschafft, auch wenn wir ein bisschen eingerostet sind. Jetzt kommt wieder mehr Minecraft-Videos. Ja, soweit ich schaffe, ich muss ja... Ich muss richtiges Geld verdienen. Richtig echtes Geld. Auch wenn ihr's nicht glauben wollt, aber wir können noch nicht davon leben. Ja, das war die Aufnahme für heute. Wir machen noch ein QUICK SG-Videoschen in dieser Woche. Und dann kommt noch was am Wochenende und das war's. Wir verabschiedeln uns, bis zum nächsten Mal. Danke und Flash fürs Mitspielen. Bis dann! Tschüss! 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 Ich chill mit einem Kaffee und einer Ziggy im Club und alle geilen Weibers zingen meine Rucks. Woo! Tup, 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 tup!